So, was hat dir denn in dieser Woche Spaß gemacht? Also mir hat Spaß gemacht, zusammen zu arbeiten mit so einem tollen Team und so viel über das Filmen, Drehen und Schauspielern zu lernen. Mir hat am meisten der kreative Prozess gefallen und das Arbeiten in der Gemeinschaft. Erstmal das Ortscouting fand ich cool, dass wir von See zu See gefahren sind. Mir hat am besten gefallen, dass wir gelernt haben, wie so eine richtige Produktion abläuft und dass wir auch von der Technik viel Neues erlernt haben. Und am Ende auch das Schneiden zusammen mit dann das Endrisiko zu sehen und alles. Das ist ganz toll. Das Hantieren mit der Kamera war halt auch sehr schön. Es ist auch sehr schön, dass wir mit Profis arbeiten konnten und Schauspieltraining bekommen haben. Das war perfekt. Was tust du hier gerade? Schneiden. Ich versuch's zumindest. Kannst du mir mal deine Rolle erklären? Ganz, ganz schwierige Charaktereigenschaften. Was tun wir hier? Und bitte. Ich hab Making-of geschraubt. Hallo. 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 Gute Laune! Totale Begeisterung! Gute Kauze, große Füße, dicke Pickel, große Rammer. Wie gemein bist du denn? Ich kann's. Wir sind in Bayern nicht ohne Zeckenschutz. Ah ja, das fühlt sich so gut an. Wer bist du? Was ist deine Aufgabe hier? Ich bin der Kameramon. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramon. So, klatsch! Ja. So hältst du das? Sie ist abgedreht. Wir haben einen Applausen hier. Und das ist jetzt klar. So weiter arbeiten! Weiter arbeiten! Bist du ne Kuh? Was hast du für ein Problem? Ich bin alles super! Alles super! Alles super! Alles super! Alles super! Amen.